Hallo und herzlich willkommen hier bei Minecraft. Und nein, das ist kein neues Let's Play. Was sagst du denn dazu? Und zwar geht es hier weiter mit Minecraft Hardcore Season 2. Season 1 ist einfach ausgelaufen. Und Season 2 startet neu und ihr werdet euch fragen, wir hatten doch schon so ein kleines Häuschen und eine Schlucht und alles gefunden. Ja, aber was ist neu an Season 2? Wir spielen, ganz lustig, trotz des Namens, spielen wir nicht mehr im Hardcore-Modus. Wir spielen im Moment sogar auf friedlich, wenn ich das richtig sehe. Und ja, hallo. Warum machen wir das Ganze? Oh, das ist echt cool. Das muss ich mal ganz kurz hier... So, ähm, Entschuldigung. Warum machen wir das? Ich fange jetzt schon mal an, so ein bisschen hier zu klöppeln. Hier stehen ja schon so ein paar Bäumchen rum. Ja, warum mache ich das? Das kann ich euch verraten, warum ich das mache. Und zwar mache ich das aus dem Grund, weil mir bei Minecraft Hardcore so die Sache an sich gefallen hat. Es war ja im Großen und Ganzen ein normales Minecraft Let's Play, was so ein bisschen besonders war, weil wir halt im Hardcore-Modus gespielt haben. Das hat das Ganze ein bisschen lustig gemacht, nur ich hatte einfach, muss ich dann doch ehrlich sagen, zu viel Schiss ständig zu sterben. Ich habe das vorher ja auch schon zweimal angefangen und bin da ja auch schon nach 10 Minuten gestorben. Und jetzt, wo wir dann auch schon Höhlen gefunden hatten und so weiter, ja, wurde mir das ein bisschen zu gefährlich. Ich hatte schon Bock auf ein richtiges Minecraft Let's Play mit was ein bisschen Besonderem dabei. Und ja, ich nenne es jetzt einfach Hardcore Season 2. Es ist aber eigentlich ein normales Minecraft Let's Play, will ich es mal nennen, in Anführungsstrichen normal. Was ist anders, außer dass wir nicht im Hardcore-Modus spielen? Anders ist, dass ich das Ganze jetzt auf einem Settorfer spielen kann. Den habe ich mir bei Nitrado erstellt. Und ja, mit vier Slots aktuell. Gucken wir mal, wie viel wir dazu kriegen, hier mitzuspielen. Aktuell werde ich wohl der Einzige sein, der hier spielt. Oder noch jemand, die Katie, die kennt ihr ja schon. Und die wird aber eher offline spielen. Das heißt, bei diesem Let's Play, Hardcore in dem Fall, was ist hier Hardcore? Ihr könnt eventuell von Folge zu Folge, je nachdem auch, wann ich aufnehme, wie viel ich am Stück aufnehme, immer mal was Neues sehen, was ich gar nicht gebaut habe oder was da vorher noch gar nicht war. Wieso fälle ich hier eigentlich gerade 200 Räume? Ich weiß auch nicht. Ja, halt einfach so ein kleines Minecraft-Let's Play. Ich starte jetzt erstmal in friedlich. Ich werde es nachher, also mit nachher meine ich in einer späteren Folge, natürlich dann auch nochmal hochdrehen von der Schwierigkeit. Nicht ganz auf schwer, aber auf jeden Fall, was machst du denn da? Höher und auf jeden Fall nicht auf Hardcore, sodass wir sofort sterben. Nein, sondern einfach nur ein bisschen höher. Ja, hier ist schon mal ganz schlecht. Äh, so. Zack. Werkbank. Und zack. Nur mal ganz kurz eine Spitzhacke. Ich glaube, ich muss dazu aber nochmal das Texture-Pack ändern, weil dieses Texture-Pack, wow, gefällt mir. Also halt das PvP-Texture-Pack, was ich für Bad Wars, glaube ich, noch nie benutzt habe. Aber, ähm, was ich so ganz, äh, ganz cool finde für PvP halt. Für PvP halt. Aber mal gucken, vielleicht benutze ich es auch erstmal weiter. Weil, äh, die Texturen an sich gar nicht so schlecht sind. Sind halt sehr simpel gehalten und das, äh, mach ich eigentlich auch. Was ist noch anders an dem Let's Play? Ich werde versuchen, mal den einen oder anderen Spieler dazu zu holen. Ähnlich wie wir es jetzt in den letzten, ähm, Hardcore-Solgen der ersten Season hatten. Also, das heißt, ähm, hier werde ich dem einen oder anderen, von den Leuten, die ich persönlich kenne, äh, Whitelist-Rechte geben, dass die auf den Server drauf können, da, äh, ein bisschen bauen können und so, und ein bisschen erkunden können. Wir wollen natürlich weiterhin erkunden, aber hier in der zweiten Hardcore-Season wollen wir Hardcore bauen. Das heißt, ich habe ja, ähm, jetzt hier, äh, auch die Möglichkeit, mit dem Server ein paar lustige Sachen zu machen. Das heißt, so ein paar Mods, die ich, äh, sonst nur lokal habe, werde ich versuchen, dann noch nachträglich auf dem Server zu installieren. Hier geht's ja schon gleich geil weit runter, aber auf der anderen Seite hatte ich doch Eisen gesehen. Dazu, äh, ja, wie man sich den Weg nach draußen baut, äh, verbaut, ist natürlich super. Also, so ein paar Mods werde ich hier noch installieren. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Hä? Hä? Und, äh, das wird das Besondere an dieser Hardcore-Season sein. Also, nicht so sehr viel, oh, bei jedem Schritt, den wir machen, können wir sterben, sondern vielmehr, äh, wir wollen hier Hardcore-mäßig uns eine kleine Welt aufbauen. Das heißt, richtig, ne? Also, deswegen brauche ich natürlich noch Leute dafür. Und, ähm, wenn dann alles richtig läuft und alles gut läuft, dann werden wir auch in den einen oder anderen Folgen halt nicht alleine auf dem Server sein und im TeamSpeak oder anderweitig verbunden sein, so dass wir natürlich dann auch miteinander reden können, was das Ganze dann natürlich noch einfacher und schöner macht. Aber dazu müssen wir mal gucken. Ich will jetzt erstmal hier, ähm, ein, zwei Folgen aufnehmen. Ich glaube, ja, so zwei, drei werden es wohl in dieser Session. Oh, ja, da ist noch schönes Eisen. Man fühlt sich gleich so ein bisschen freier, äh, wenn man nicht gleich Angst hat, äh, man könnte jede Sekunde sterben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hatte mal echt Bock. Ähm, das habe ich, ähm, vorhin schon erzählt. Ich habe vorhin schon mal was anderes aufgenommen. Ich weiß noch gar nicht, wann das online geht. Deswegen erzähle ich dazu noch nicht so viel. Ähm, dass ich im Moment auf, äh, Bad Wars nicht so Bock habe. Ähm, ich weiß noch nicht warum. Egal auf welchem Server. Ich habe, ähm, von einem anderen Spiel gehört. Das muss ich mir mal angucken. Aber das funktionierte gerade nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ähm, ich sage viel zu viel, ähm, dann habe ich gedacht, da nimmst du jetzt eine, fängst du an, die neue Season Hardcore aufzunehmen. Das hatte ich eh schon lange geplant. Lange. Den einen oder anderen Tag. Weil ich mir mal so die Folgen, die jetzt auch noch teilweise kommen werden, angeguckt habe. Also die letzten Folgen. Ich kann euch sagen, das sind, ähm, heute an dem Tag, wo ich das hier aufnehme, ist Folge 5 rausgekommen. Und dann kommen jetzt noch zwei Folgen Hardcore der ersten Staffel. Bevor ihr das hier sehen könnt. Also rede ich hier wahrscheinlich schon einige Wochen in der Zukunft. So wie es im Moment bei mir aussieht. Aufnahme, nicht aufnahmetechnisch, aber, ähm, hochladtechnisch. Mh, naja. So, was haben wir denn hier schon? Steine. Könnten wir noch mal einen mitnehmen. Ich muss mich natürlich an die Texturen hier noch gewöhnen. Für PvP ist ja egal, was Stein ist, was was anderes ist. So, nee, das ist ja Eisen. Auf jeden Fall brauchen wir noch nicht so viel Angst haben. Ähm, zack. Ich hab's ja auf peaceful, also, kann nicht so viel schief gehen hier. Können wir jetzt mal die Schweinchen noch ein bisschen leben lassen. Aber ich finde auch die, die Spawnstelle, also ich bin vom Spawn nicht wirklich weggegangen. Echt klasse. Das fühlt sich schön. Hat man alles, was man so sich vorstellen kann. Ich darf nur hier das, ähm, nicht verlieren. So, jetzt kriegen wir schon mal wieder ein paar Level. Wieso haben wir denn schon fünf? Achso, wegen der Kohle. Ja. Genau, Serverwelt wurde gespeichert. Das liegt halt da dran. Weil wir online, also nicht online spielen, aber, weil es halt ein Server ist und nicht, ähm, auf der Festplatte läuft. Das hab ich gar nicht die Zeit im Auge behalten. Ich muss mir mal so einen Ort suchen, wo wir mal so ein Häuschen hinstellen können. Das erste Häuschen. Ich glaub, ne, hier ist auch Wasser. Ich kann mal so ein bisschen aufs Kärtchen gucken. Oh. Was haben wir denn da? Hallo. Hallo? Oh, oh. Ja, aber hier können wir ja jetzt wenigstens nicht sterben. Oh, dann haben wir natürlich auch gleich Wolle. Das ist natürlich gar nicht mal so übel. Wollen wir jetzt wenigstens ein Bettchen machen. Gleich schon. So, das machen wir erst mal weg. Oh, oh, oh. Ah, ich hab da noch gar keine Axt. Ich muss mir mal eine Axt craften. Aber ich hab ja gleich auch schon Eisensachen. Knochen. Ja, dieses verrottete Fleisch. Warum eigentlich auch nicht? Und dann wird's Zeit fürs erste Häuschen. Okay. Ach, TNT. Ah, dann nehmen wir das mal mit, ne? Das ist hier. Im Moment überall, wo ich spawne, wenn ich in eine neue Welt starte, ist gleich ein Tempel da. Sehr lustig. Knochen. Können wir jetzt ein paar Häuschen machen? Werden wir welche finden? So, ich muss mal gerade äh. Ich muss nur gerade mal auf die Uhr gucken. Okay. Oh, oh, ein Diamant gefunden. Pferderüstung gefunden. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt bauen wir uns hier mal hier. Ne, ach so, haben wir nicht Normalsand, haben wir nicht. aber jetzt bauen wir uns mal hier mit Sandstein wieder nach oben. Ja, genau, genau. Zack. Und dann gehen wir mal wieder nach Hause, würde ich sagen. Genug für ein Bett haben wir jetzt auch. Äh, ja. Was geht's denn hier? Wieder nach Hause. Leute, ich will nach Hause. Da geht's nach Hause. Hm, zack, zack. Okay. Aber es sind nicht hier drei so Türme. Also, es sind schon drei so Türme, aber nicht, wo wir drei verschiedene Sachen finden können. Nee. Äh, da ist Licht. Zack. Dann wollen wir mal dahin. Äh? Hä? noch mal gucken. Ich hab doch hier irgendwo Licht gesehen. Ach, da hinten. Nee, das ist aber, oh ja, super, schon verlaufen. Das hier ist die Lava, die leuchtet. das hat mit unserem Punkt nicht zu tun. Ja, 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 aber es war doch hier bei diesem Wäldchen in der Nähe. Das weiß ich doch noch. Ach, ich wollte doch auch hier irgendwo ein Haus bauen. Alter, das geht ja schon wieder gut los. sehr gut, geht das los. So, so. Müsste das nicht auf der anderen Seite hier sein? Wow, genau, nee, doch nicht. Hä? Aber soweit, das ist auch wieder nur Lava. Äh, ja, sehr gut, dass ich da auch schon Eisen gebrannt habe. Ja, also ihr seht, es ist trotzdem, auch wenn wir nicht in Hardcore spielen, ist es trotzdem ganz schön Hardcore, wie doof ich bin. Ähm, und damit würde ich sagen, ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffentlich finde ich nach Hause. Macht's gut, ciao.